Das ist nur alter Benz als Schienen-Satzverkehr. Ist der Schienen-Satzverkehr vielleicht wohl so parallel? Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, ich fahre nur zwischen der Handschuh- und Drabrennbahn und ... ... und ... ... und jetzt gehe ich noch mal an. Das ist dieses gute Stück. War schade. Das wollen wir gewusst. Da können sie theoretisch rumsteigen. Aber ne, ist mir ein bisschen so krank. Ah cool. Aber wenn das nächste Klasse ist. Und der fährt jetzt auch schon weiter. Oh schade. Schade ist das gute Stück. Aber er fährt nur bis zu einer Stelle Drabrennbahn. Der fährt nicht weiter. Ach, da ist ein Kissen rein. Gartenberger Markt. Gartenberger Markt. Gartenberger Markt. Dä ode das ist alles. Gartenberger Markt. Und da eine Gartenberger Bereich darf man schauen. Das war's für heute. Leider, leider, leider Auf der Rückfahrt gehen wir schon Essen-Aponus, dann jetzt wo möglich nur zwischen den Heisestellen, Krapennbahn und Essen-Aponus und natürlich auch wieder zurück. Und die, und die, wo Gästkappet dann zwischen Gästkisch, Hauptbahnhof und Krapennbahn.